Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Staubsaugeroboter 2021 vorstelle. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den Sarko V5X Staubsauger und Wischroboter mit Connected Wi-Fi gewählt. Zunächst einmal ist er mit einer Saug- und Waschfunktion ausgestattet. Das erleichtert Ihnen die Arbeit und ermöglicht es Ihnen, das Leben besser zu genießen oder anderen Beschäftigungen nachzugehen. Sie können dieses Gerät über eine Fernbedienung oder mit der Sarko Home App steuern. Und das, während Sie ruhig auf Ihrem Sofa sitzen, ohne dass Sie sich anstrengen müssen. Und das Beste ist, wenn der Akku dieses Roboters leer ist, lehnt er sich automatisch an seiner Ladestation auf. Von dort aus startet er neu und erledigt seine tägliche Arbeit entsprechend der programmierten Zeit. Schließlich funktioniert dieser Roboter auch mit dem Sprachbefehl von Alexa oder dem Google Assistant. Daher können Sie ihn auf iOS und auf dem Smartphone bedienen. Es liegt an Ihnen, das Reinigungsprogramm, seine Dauer und auch die verschiedenen Funktionen zu wählen. Der Nachteil ist, dass es keine Mapping-Funktion hat. Wie immer bei Top Tech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Dort haben Sie alle klickbaren Links zu Ihrer Verfügung. Auf Platz 3 haben wir den Prozenic M7 Pro 2-in-1 Roboter als Staubsauger und Mob gewählt. In dieser Liste der besten Saugroboter finden Sie den Prozenic M7 Pro 2-in-1. Mit ihm ist es möglich, einen Reinigungsplan zu erstellen, die begrenzten Bereiche zu definieren und die Karten der verschiedenen Ebenen aufzuzeichnen. Darüber hinaus können Sie diesen Roboter über den Alexa-Sprachbefehl steuern. Schließen Sie ihn einfach an diese an und er führt alle Anweisungen aus. Ganz einfach, oder? Dieser Saugroboter verfügt über die Y-förmige Reinigungsfunktion. So wischt er in drei Durchgängen und reinigt den gesamten Schmutz. Er enthält sowohl einen Wassertank als auch einen Staubbehälter. So kann er gleichzeitig saugen und waschen. Darüber hinaus kann das Gerät Ihren Teppich automatisch erkennen und direkt in den maximalen Saugmodus wechseln. Sobald es den Teppich wieder verlässt, schaltet es wieder auf die vorherige Leistung zurück. So müssen Sie sich keine Sorgen um die Reinigung Ihrer Böden machen. Als Schwachpunkt können wir jedoch anmerken, dass die Ladestation dieses Roboters ein wenig sperrig ist. Auf Platz 2 haben wir den Lefant M501A 2000PA Staubsaugeroboter gewählt. Der Lefant M501A 2000PA Staubsaugeroboter kann eine Leistung von 2000PA erzeugen. Er saugt Staub, Schutt und jeglichen Schmutz auf. Mit einer einzigen Ladung kann er etwa zwei Stunden lang arbeiten und Ihr Haus sauber halten. Außerdem hat er gute Eigenschaften, um der beste Staubsaugeroboter 2021 zu sein. Zum Beispiel hat er einen 285ml Wassertank mit einem großen Wischtuch. So kann er auf einer großen Fläche arbeiten. Es kann angemerkt werden, dass dieses Gerät mit Sensoren zur Sturzsicherung ausgestattet ist, die verhindern, dass er von Treppen und Kanten fällt. Darüber hinaus verfügt er über einen Antikollisionssensor, der ihn automatisch abbremst und so verhindert, dass er mit Möbeln oder anderen Gegenständen kollidiert und sich selbst beschädigt. Darüber hinaus hat dieser Staubsaugeroboter einen sehr niedrigen Geräuschpegel. Er sorgt also für Ruhe im Haus. Was wir an diesem Modell kritisieren, ist, dass er etwas sperrig ist und nicht unter einige niedrige Möbel passt. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie die besten Rabatte, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn Sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf dem ersten Platz haben wir den LeFant T700 Staubsaugeroboter gewählt. Wir haben hier den besten Staubsaugeroboter dieses Vergleichs. Zunächst einmal ist er mit gummierten Rollen ausgestattet, die es ihm ermöglichen, sich auf einem Teppich und an den Rändern zu bewegen. Und das ohne das Risiko, irgendwo stecken zu bleiben. Dank seines schlanken Designs passt er auch in die engsten Räume, zum Beispiel unter ein Sofa oder unter ein Bett. An der Unterseite seines Rahmens befindet sich ein Gehäuse mit zahlreichen Sensoren. Letztere haben die Aufgabe, das Gerät vor verschiedenen Stürzen von der Treppe zu schützen. Darüber hinaus bietet der LeFant T700 mehrere Funktionen. Sie brauchen nur diejenige zu wählen, die Sie nach Ihren Bedürfnissen wünschen. Sie können also nur planen und mit der Reinigung beginnen, egal zu welcher Tageszeit und wo Sie sich befinden. Der negative Punkt ist jedoch die zu geringe Kapazität des Staubbehälters. Ich lade Sie nun ein, die Beschreibung dieses Videos aufzurufen und auf die Links zu klicken, um die vollständigen Spezifikationen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, zu erhalten. Wenn dieses Video Ihnen geholfen hat, sich zu entscheiden, dann liken Sie das Video, das würde uns riesig freuen und abonnieren Sie den Top Tech Kanal, um mit den nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, das war Top Tech. Ciao, ciao.